Heute wurde ich geschlagen. Ospel, schon wieder Martini. Jetzt holen sie mich wieder, um zu dreschen. Oh, was ist jetzt los? Aua, jetzt wurde ich getroffen. Was ist hier los? Warum ich? Ma, du dummes Kerndl, ich schlag dir aus deiner Ehre. Ob keine Angst, kleine Hundertschläge, dann wirst du mir dankbar sein. Du gemeiner Pflegel, lass mich. Ich will zurück zu meiner Mami. Mensch, so viel Staub. Stich, die Katz, wo, nach, die Lose, und denk, die Arme. Was schreien die da? Soll wohl helfen, im Rhythmus zu bleiben. Woher weißt du das nur alles? Ja, man weiß, ich muss das jetzt hier ortieren. Von Martini bis Lichtmess. Wenn die Glühkorn lebt, ist Weihnachten. Wo bringen sie mich jetzt hin? Wui, ich kann es nicht hin. Tornare. Nochmal! Nein, du übermütiges Weißenkorn. Du bist schon von der Spreu getrennt. Wer bist du denn jetzt? Mein Name ist Mille, Windmille. Ich bin schon über 300 Jahre alt. Sehr weise. Bevor ich kam, musste man euch mit Leinentüchern in die Luft werfen, um euch zu reinigen. Zum Glück bin ich jetzt da. Wo komme ich jetzt hin? Zu meiner alten Verwandte. Mille, nur Mille. Dort wirst du gemahlen und zu köstlichem Brot gebacken. Boah, du hast es gut. Ich habe noch über zwei Monate harte Arbeit vor mir. Erst noch habe ich endlich wieder meine Ruhe, weil weißt du... No Martini, no Dreschen.